Herzlich Willkommen zu der nächsten Folge von Sniper Elite Na gut, ich glaube 200 Meter kriege ich in der Stau des Eckertens So, wo müssen wir denn hin? Ach, einfach nach da oben, okay Die Laufanimation ist auf Dauer ziemlich... Guck mal schon Richtig an die Dimension Die Laufanimation wäre mit dem Kopf so rumwackelt Die Laufanimation Oh, links unten müssen wir jetzt mal Ja, ich glaube, die kann man gut wechseln Ja, die Nehmer Eins Ich sehe die zweite örtlich 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 Doch da, da vorne, direkt vorne Ah, da Ich nehme den vorderen Gut, dann nehme ich den hinterher Das kommt nix oder was? Das ist nix Das ist nix Ah, jetzt Das ist nix Nö Ich habe noch länger gebraucht Weil ich mache halt immer Leertaste Und warte dann immer ein bisschen Weil wir immer so länger draufläuft Umso kleiner wird es halt Dann ist die treffsicherer Ja, ja Aber ich habe auch immer Bisschen länger gewartet Und dann hast du Und ich habe gezielt Und dann hast du Schon geschossen gehabt Und ich habe dann noch ein bisschen gewartet Weil der sich ja da richtig geduckt hat Was will denn der denn? What? Ist das okay Der Feind sucht Na gut, wenn ich jetzt weiß, dass du generell auch eher noch ein bisschen wartest Dann mache ich das auch jetzt Weiß ich weiter und ich schieße halt immer so kurz vor der Angst, dass Ton wieder weg ist, weißt du? Ja gut, ok, passt Dann weiß ich das Nimm für die vorderen ich den hinteren Los Ja Ich nehme die gleiche auch gleich Ah 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 Ne toll Jetzt schmeißt er natürlich nicht ne Ich konnte jetzt die Scheiße Wow, des sind ja noch mehr die habe ich nicht gesehen ich habe schon gegründet wieso teufel ich erlebte noch ich dachte nur der eine war es weil ich habe den nur auf dem minimap gesehen habe ich ihn so beobachtet und habe ich nicht gerafft dass da plötzlich so scheiße steht einfach zu weg neben dir fallen lassen war der offizier dabei weißt du das ist wie es denn nicht erst mal durchsuchen finden hier finde ich nichts mehr so ob es war es ist jetzt passiert dass ich jetzt wieder den genick gebrochen auf die rechte seite hat das offizier ich könnte den offizier rausschießen beim nächsten geräusch oder ist noch einer nicht markiert oder kurz so viel dazu es ist korrekt da fährt kann irgendwas weg was wir zerstören soll das fährt die ganze zeit rum das ding das fährt glaube ich im kreis so könnte man vielleicht mal im video etwas auslegen nein bleibt da du scheiße das ist mal blöd weil wenn ich den ins anlocken und den nahkampf rausnehmen gefoot z fuggle dann geht es auch nicht scheiße kommende geräuschsed exclusive geräusch können komm 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 poi jetzt wenn ich jetzt wahre ist es auch kacke ne natürlich jetzt kommt scheiß geräusch wieder als wüsste es war nicht nicht bereit wäre wohl hätte es eben da das ja noch mal irgendein fahrzeug lol da ist ein ein turm im boden was ich habe so kürze können wir das fahrzeug benutzen das ist lustig das ist bemannt das muss man irgendwie ausschalten wird hier das was ich versuchte mal ich versuchte mal hinzuschleichen und tnt das was anzubringen speichern so was ist das tnt jetzt deiner mein terminiert gewöhnlich verzögert tnt mal was der dreht sich ja läuft ist rot alles klar das hast du gut gemacht ist das ist wie bei der ki man schleicht sich von den zack dreht sich das gehört dass du dich anschließt im panzer ja sage ich ja so er dreht sich hier gerade weg so das war schon mal wie er sich dreht ich lege mich mal kurz hin f drücken hat da was gehört hallo jetzt so geht gleich in luft 0 hat es überlebt was ne da steht hier in tikel dreht sich da noch also mir ist noch markiert aber es könnte auch ein fehler im spiel sind vorhin war ja auch ein mensch markiert der das ist da ist ein stich schwer von steinern aber ein stein zwei sekunden später ok alles hat sich erledigt gut hat er eine kontrolliert jetzt das ist schon mal sehr sehr gut schön weit weg gehen ja ich glaube weil das noch angezeigt für dich glaube ich muss da noch mal separat hin und da noch mal was hinlegen boah da kommt das geräusch komm ich bin ready hast du den einen den kriege ich ok beim nächsten geräusch habe ich auch ein hallo alles ist jetzt richtig das ist richtig doof gewesen glück gehabt ne war doch jetzt haben sie mich gesehen neuladen oder ne wobei es war zwar rot aber ich sehen halt jetzt die leiche das war jetzt richtig durch das genau mit geschossen hast genau wo ich loslaufen wollte auf den einen grad machen wollte dass du geschossen war aber noch zu weit weg dann haben sie alle meine richtung geguckt guck ich hab den ton kaputt gemacht ja ich habe ja gesagt ich schieße beim nächsten geräusch per zufall zusammengeflogen so beim nächsten geräusch nehme ich den offizieren ja dann ziehe ich auch was drauf kannst du dann schießt auf den anderen geräusch komm 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 na ich drück manchmal schon leert hast ja ja auch dann gehe ich wieder zurück ja zwar da warte 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 ich schieß jetzt ja überlebt das natürlich wieder ganze zeit ist es rot weiß ja dass du stirbten genau in dem moment wo ich abfallen wir wissen komisch geld weißt du dass das halt überlebt weiß rot ist glaube ich tödlicher schuss dann immer was den offizier durchsack ne ich sehe hier die eine leiche wo ist offizier ach da ne doch das ist dann der ab damals das so aber da war es dann nichts ne da war irgendwie nix ähm das müssen ein paar leute ich ja nicht da oh gott das war knapp holy shit boah der leute fährt doch da immer vorbei oder wenn ich doch erstmal die fände genau so maxine mine raushauen ich hab extra ist das teller mine ist das jetzt aber für vorzöge ich hab keine ahnung denn da oben den nehme ich dann einfach aus sich schießt dann auf den wenn der nächste den kind nächste geräusch jetzt habe ich gerade ok hat sich gerade erledigt habe gerade irgendwie genau ist das geräusch kann habe ich die maus gezogen habe da nicht mehr hingefunden ja komm wenigstens gescheit her nein ich wollte dich werfen naja tut sich die kugel auch gerade so komisch in dem hirn rum und ok aber ich glaube ich kenne das problem das hatte ich glaube ich mal im dritten teil so kommt eigentlich jetzt der panzer oder nicht da diese seine fahrzeug da müssen wir jetzt sagen ach so der fährt da ist so rum wenn wir wahrscheinlich ja gut das ist eh nur noch einer oder dann kann man da jetzt einfach so ja theoretisch schließen müssen wir auf dem geräusch haben ich gehe nach kampf achso oh also das so was die oben waren welche ja da da hätte ich jetzt also einfach nur schießen unaufgeräusche hattest du jetzt schalldämpfer drin ne mit alarm ja das war scheiße ok moment da hast du mich falsch verstanden ich wollte sagen ach scheiß auf schießen ich mache schnell nahe kam achso ok ok nicht scheiß aufs geräusch das niemals also einfach nur schießen oh oh das war zu früh ja und ja also bei dem spiel ist aber auch absprache schwer finde ich das ist was ist mich falsch sorry ah fuck ich hätte jetzt ein spielstand der ist aber noch bisschen älter also haben wir jetzt kein mehr oder was ne der hat jetzt gefühlt alle 10 sekunden gespeichert was 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 gott hat mal Pech gehabt ja aber ist noch nicht hinwecken ne nur anonymiert ne gut dass du auch welches ist und das hat sich irgendwie nicht geschenkt ach Leute so ein troll punkt oh na gut voll verkackt Und wir rausschießen entweder den letzten Mal entweder mit der Pistole oder Nahkampf, weil ich wollte halt mit Nahkampf, aber einfach nur wirklich mit einem Gewehr schießen, ohne Geräusch, das ist eigentlich nie. Also auch nicht, wenn es der letzte ist. Ja, das ist wieder ein Offizier. Ja, ich werde Augen und Ohren offen halten. Ja, ey. Ich will auf den Stein und fünf Leute laufen. So gut, aber hätte ich den da oben machen. Ja, das hat nicht One-Hit funktioniert wieder. Ach so. Das nervt irgendwie, dass das nicht One-Hit mit einem Sniper-Gewehr. Das ist total bescheuert. Oh. Oh. Oh, was? Fuck. Ich habe ausverdächtigt die Kerle Waffe in der Hand gehabt. Ich habe kurz mit einem Maschinengewehr geschossen. Lol, ich hätte schon gedacht, die schießen auf Tiki. Aber die wissen jetzt nicht, wo du bist oder das? Nee, es ist nur gelb. Ah, gut, also ein Offizier habe ich nochmal gesammelt hier. Ah, ein Geräusch wäre jetzt schön. Aber irgendwie kommt mir, blöd gesagt, so... Ach, teilweise ist es so laut wie zum Beispiel. Jetzt, ich habe mir einen MP geschossen und tausendmal den Ding geschossen. Irgendwie, manchmal kommt mir das gar nicht an. Also, wenn du das wirklich so spielen kannst, ist mir das Spiel eigentlich zu leicht. Wir könnten den Schwierigkeitskrater noch ändern, ne? Oh, das kommt ja doch nach unten. Ja, was hier, guck, Stein. Also, man kann Tiki sehr, sehr leicht aufstricksen. Und mit der Dummheit kann man halt echt viel anstellen, mit der... Ist das ein Kopf von dem oder? Nee. Der Wagen, ne? Ja. Sieht ihr mich auch? Ah ja, der dreht sich das Geschütz, Tatsache. Ja. Der ist gut, Gott. Ja. 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 ist ja schon mal gut und dieses lag zu zerstören einfach hier auf diese feste mal kurz warten wir bis was mit dem truck passiert bevor wir jetzt lange zerstören perfekt und dann schließe ich jetzt auf die fässer oder ich glaube das hätte man gar nicht machen müssen da steht ja nur sichern hast du eigentlich auf die trucks geschossen oder sind einfach mit explodiert die ist mit explodiert haben sie wenn ich es zerstöre ist auch vielleicht noch zu stören möglich sein aber gewalt von dem wann müsste man da trucks zerstören jetzt haben wir noch nie machen müssen ok ok wow alter so hältst du meines lebens noch verloren oh ok so dann sprengladung platzieren urknalltheorie sprengladung das geht auch gut voran möchte sagen da ist ein scharfschütze achta wo ist der hin naja da hinten es ging gerade nicht ich kann irgendwie nicht warte ich verkehre ihn schnell oder was denn war gerade geräusch und ist was naja wir sind so weit weg also ok und der hat sich immer hin und her bewegt das hat mich genervt so ja ich glaube man muss näher hinlegen links und welcher ok keine oder sind vier die haben mich jetzt beinahe gesehen hier auch wenn man auf dieses fass schießt ich glaube ich viel zu wenige wir können es gerne mal ausprobieren speichermachen dann schießen wir beim nächsten der macht es fast und dann wird es gespeichert und es geht gerade jeder weg also eigentlich kann man auch eine person schießen ich den rechten und ich dort den daneben am zelt und du kannst den da sind noch einer ja immer wenn ich bedrückt dann würde ich mit rechter maustasse hinzu ich nehme den linken jetzt sind alle ja das ist jetzt sie sind alles so nah bei manchen spiel wirfsten stein zwei meter nehmann gegner völlig probiert aus auch nur einer ich dachte der hintere mindestens anu aber okay ja beim nächsten lärm mache ich dir da hinten 55 meter von mir weg kann ich schon durch die tische grad schloss die ganz rechten oder eigentlich den mache ich werde genau dann nehme ich die mitlaufen wenn er sich nicht genau in dem moment jetzt so ich ziele ich ziele ich ziele ich ziele und ich schieße von den anderen könnte man obwohl da warten wir vielleicht noch siehst du überhaupt nicht siehst du ihn überhaupt ua na gut 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 bleiben so perfekt so was zum sammeln Briefe aus der Heimat in der Mission sammeln wir relativ scheint alles gewesen zu sein was muss ich eigentlich machen sprengladung platzieren ok vielleicht können wir uns auch einfach ein schleichen platzieren wieder raus ist ohne die alle abzuknallen aber das interessiert würde ich schon mitgehen lassen irgendwie ist hier kann man auch offiziere so kann man hier einfach sie können anscheinend eigentum nach den eintrag wer macht Naja, natürlich muss ich herlocken. Loll, der weggeflogen ist. Achso. Ich glaube, das Spiel geht gar nicht zu spielen, sodass keiner animiert wird. Also keiner sich dann so aufregt und rennt. Es geht nicht. Nö. Ich glaube, es ist auch nicht drauf ausgelegt. Was ich lege, sage ich auch mal die Sprengladung, okay? Ja. Mach das. Laufen und daher, hast du recht. Steh. Jawoll. Eigentlich hätte ich doch während der Explosion eigentlich eine schießen können, aber nee, das muss unbedingt zu einer blöden Zwischensequenz kommen. Wo rennen die jetzt alle hin? Nein. Hey, wo Luft? Jawoll. Ich sehe meine Hoden. Das sind doch ganz schön viele eigentlich. Ja. Oh, da sind Scharfschütze. Wow. Deswegen ist meine Deckung... Ich bin tot. Deckung aufgeflogen und tot. Kannst du neu laden. Gehört? Ja. Okay. Hab ich schon gewundert. Was... Anscheinend wirst du immer gewarnt, wenn ein Scharfschützer in deine Richtung guckt. Loll sind da viele. Holy moly. Hab ich das geschwächt? Ne, okay. Das blöde jetzt noch nicht. Wo sind die andere Scharfschütze gewesen? Da ist der. Schleicht herum. Ach, das ist schon... Ich wurde von dort gekillt, was die Hauptmission ist, ne? Ah. Da hat mich ein Scharfschützer erwischt. Aber eigentlich wollte ich da nicht hinschießen, nur unnötig. Äh, darf ich es in die Luft jagen? Theoretisch. Magisch. Schöööööööön. Gut dann.. Dann.. Hall2 kann ich Initial боi Chambers. komm schon das geräusch wird wieder am ungünstigsten zeitpunkt auftauchen das sehe ich schon jetzt ist ungünstig kann ich keinen einzigen kill natürlich jetzt kommt das geräusch wohl kein einzigen im sichtfeld habe ich konnte schon jetzt habe ich doch heute scharfschütze sieht mich wieder ich muss den scharfschützen erschießen das hilft alles nix das musste sein weil der hat mich erwischt das geräusch könnte ruhig öfter kommen dauert wohl bis sie ist nachtland also ich werde so bei dem geräusch muss bissel stop geben sondern bei jedem geräusch ein ausknippen und dann ist gut so so ist gut dass ich lädt nach geräusch kommt oh genau jetzt konnte ich mich schießen gott das zog weh der neben geschossen nee ich hab die hoden weggeschossen alle beide ok aber gott sein wurde gleich befreit weil hinter ihm das gleiche fass explodiert ok du hörst es wenn der als ton kommt kurz davor oder wie ja ich höre das nachladen so und dann kann ich also vorwollen das ist super geräusch kommt herr gott sakrament dass das weg laufen müssen und ich dann schießen möchte ich glaube ich habe jetzt das geräusch auch gehört aber mir ging es gerade genauso ganze zeit gammeln sie dort weil man nicht schießen will lol was macht denn der da hinten ist der auf der brücke den auf den ziel ich gerade so gerade läuft ja so knapp wann ist das so kriegen wir nie auf den ressort kriegen wir nie auf keinen bock oder alle dazu durchsuchen ach so da war doch irgendwo ein offizier nee aber was mit dem funk typen vielleicht ja ich ziele gerade hinten vom typen weder bewegst dich komm schon erster schuss hat ihn nicht gleich gekillt oh den treffer oder eigentlich kümmer dort sollte ich durchsuchen typen spring drüber das alles klar sonst nicht mehr gut muss reichen da hat nichts ich glaube ach hier sind sammeln objekte das ist schon mal gut sammeln objekte gefunden 1 von 5 ja das ist nicht so toll ah ok wir haben die kombination schon 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 nachso entscheidet schon ja ein sammeln objekt und sonst nur munition weil ich höre das doch so weitermachen von hier aus paar leute erschießen ich muss bisschen woanders hin jetzt ich muss eigentlich die ja genau jetzt auf die andere seite rüber ich verarsche mich doch siehst du denn da von deiner position aus welcher oh ja alle ganze brücke ich überlege gerade ob ich warte ich muss ich muss auch zurücklaufen ich versuche jetzt auch mal die fässer also diese sprengladungen hinten zu erschießen schau mal wie viel ich erwische ob das überhaupt denn was ausmacht ich lauf mal den turm hoch schuss kommt da wird kill wir müssen den anderen scharf schützen hä den anderen scharf schützen habe ich doch schon gekillt ne durchsuchen da kriegt man auch eine errungenschaft ah ok ach da hinten auf dem haus ist ich hin ist noch jemand ja auf den ziele ich gerade nimmst du den oben und dann nehme ich den unten ja ok den oberen dann ok ja wir einfach in die herd patrouilliert weißt du die ganze zeit schießt da eben und sniper und da sprengladung explodiert und so und der läuft auf den balkon oh 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 Mal live Irgendwie geht es gerade nicht ich konnte nicht killen Ich habe meinen erwischt Ich habe bei mir hat es nicht also irgendwie Jetzt jetzt geht es anscheinend habe ich entgegen eine unsichtbare wand geschossen oder sowas ein ast oder sowas was nicht angezeigt wurde auch unten bei der Den ist noch einer Den erschieße ich als nächstes Oh ne da ist ein 2 Och nein ist ja nicht gleich verreckt Nervig Ist der da oben wieder Da kommt ja noch einer raus gerannt Nein wo rennst du jetzt schon wieder hin Das muss ja jetzt sein oder Ach da ist auch noch einer Ja Scheiße wo war der jetzt Da ist er Dann den unten Ach da sind zwei oder unten Ach da oben ist auch noch einer Gehen beim Haus ziehst du auf den grad oder Ja beim Balkon aber unten ist noch einer Der bei den komischen holz Aber den sehe ich nie und der ist auch nicht markiert Der läuft immer nur kurz vorbei Wenn er die Stellung wechselt Der red immer runter wenn sie nachladen Ich erwische ihn nicht Es ist Oh man ey Gerade ein bisschen nervig irgendwie Verdecken die sich doch ganz schon gut gerade Es geht Es geht Jetzt laufen sie weg Nein komm doch zurück Der eine ist wieder Open Jetzt habe ich ihn Ich habe auch einen erwischt Gott du Gott du Gott du Gott Der ist jetzt versteckt aber Den kann ich noch anschießen Heute dachte ich gerade dass sie nachladen Dies ist alles klar Nein Jetzt bewegt das nicht Jetzt geht die Treppe runter Ach das ist noch einer Hier Nein Nein jetzt hat er geschossen Fahrer kill Ich habe den im Panzer gekillt Sehr nice Ah lol Und auch ich habe ihn angeschossen Aber er läuft weiter Ja Eine Kugel im Hoden Haben wir hier nicht Können wir nicht irgendeinen Generator anmachen Oder sowas Oder sowas Der dauerhaft Lärm macht Das nervt gerade ein bisschen Das nervt gerade ein bisschen Und Ah da Ah So Haller lol Sind da viele Jetzt geht die Runde der Sack Willst du mich verarschen? Reicht es? Ich überlege gerade ob wir die einfach alle weg sind Nippon Zollen Alter ist so schnell entdecken So schnell entdecken die uns nicht Solma Ja wir können auch einfach so Toll daneben geschossen Am ersten Schuss Ich auch Ich auch Ich hasse Immer wenn du anschießt Dann blöde ich ganz schnell Genau was das hat überlebt Steht direkt neben dem munition ding Das interessiert ihn gar nicht Hodentreffer an der Leiter Ja So unregend Gut die anderen leute in dem anderem posten den interessiert es ja gar nicht ne Eigentlich nicht Eigentlich nur noch der eine da oder? Der da rumläuft Ich kann leider nicht auf ihn schließen Ja ne der ist die ganze Zeit dahinten Das sei der Anfang an Der lauft die ganze Zeit hin und her Zwischen den zwei Kisten Der kommt da keine Sekunde raus Haben unten noch irgendwelche oder sowas? Na gut Dann laufen wir mal auf die Brücke nach unten und Sprengen Ah Nein Ich bin gleich da War da jetzt noch jemand? Wer hat mich da jetzt gesehen? Was kann ich jetzt speichern? Meinen natürlich nicht Ja der andere ist gut Passt Ah da ist ja noch jemand Ach der Panzer der ist noch da Nein So Nein So jetzt kommt Tja Äh Oh oh Mich sieht glaube ich irgendjemand Anscheinend so Also das Ding ist jetzt Platziert Wahrscheinlich müssen wir jetzt weg Und dann auf das Ding schießen Können wir wieder auf die andere Seite gehen? Ja da wohl Wir haben wahrscheinlich Wo wären der Ausgang? Nicht dass das wäre jetzt richtig bitter wenn der da unten wäre eigentlich Toll ist so Sieht man jetzt nicht ne? Naja Siegst du erst wenn es dann soweit ist Warte ich speichern lieber mal Ist auch schon mal speichern Ich durchsuche die hier noch schnell Mehr werde ich hier nicht finden Ich weiß nicht ob ich dieses Ding lasse Ah vielleicht dann Komme ich hier hoch Gucken wir auf diesen Aussichtspunkt da Gucken wir auf diesen Aussichtspunkt da Gucken wir auf diesen Aussichtspunkt da Oh schau Soll ich drauf schießen? Ja Meine Herzfrequenz Ich kann grad nicht so gut wegziehen Oh Oh yeah Achso müssen wir gar nicht mehr rausgehen Alles klar Das ist natürlich sehr gut Herausforderung 0 von 5 Alles klar Okay Naja Nächste Optionalziele Ja Ha 1% genauer geschossen Ja Toll Ja gut dafür hast du 5 Meter weiter gesch- Ähm Jo Weiter Oh level 9 Level 10 Warten wir hier doch noch nicht ganz Noch nicht ganz Noch nicht ganz Gut ähm Dann war das die Zweite Mission glaube ich grad oder? Oder die dritte? Die dritte Die dritte schon Stimmt ja stimmt Die zweite war ja auf dem Naja Das Dorf da Gut Dann war das die dritte Mission Und die haben wir jetzt auch abgeschlossen Damit würde ich sagen Danke fürs Zuschauen Und wir sehen uns bei der Fünften Mission Ne Die vierte Mission Ja es ist verwirrend Nicht meine Stärke Danke fürs Zuschauen und Tschüss Ciao